In letzten Folgen Dante betrug mich Du bist in Gefahr Hey Virgil Häh dich an Wer bist du? Dein Vater gab dir alle Mein Herz Kat? Du hast mich benutzt und betrogen Acht Absolute Macht Ich habe keinen Bruder mehr Viel cooler aus Oh yeah Darauf habe ich gewartet Bitte nicht Du brauchst es nicht mehr Er war immer ihr Liebling Das weißt du doch Zeig ihr was du getan hast Ich hab ihn getötet Er war dein Bruder Du habt mir nur Macht gegeben Sonst nicht im Herzen Ich habe keins mehr Hallöchen Leute und herzlich willkommen Bei nächster Folge Verge Untergang Und jetzt 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 haben wir Nächste Mission Der eigene Schaden Der eigene Schaden Okay Da ist kein Laden Wir werden sofort kämpfen Dann müssen wir kurz in den Laden gehen Was benutzen wir uns an? Nein Das werde ich nicht benutzen Weil genau wie ich Ich bin sehr selten Wenn dich alle haben Ja Wer wichtiger sind die? Okay Oh ja Sie haben dich Taktakt Okay Und die Yamato Engel Modus Achso ja 2 Stunden So cool Und das was? Alles? Ja Ahhhh Scheiße Könnte ich das machen? Egal Böde aber Was kann ich machen? Du hast es getan Wie fühlt sich das an? Macht Ich brauche mehr Macht Du hast etwas das mir gehört Das ist meins Das ist meins Dann nehm ich's mir Dann nehm ich's mir Blöde Wirklich Hermann Wann Wann Was Scheiße! Scheiße! Ah, zu spät! Fuck! Nein! Ah, was sagst du dazu? Ah, ha! Ah, ha! Ja, leck mich am Arsch! Ja, leck mich am Arsch! Ja, komm! Wir sind ein und derselbe! Ah, ha! Ah, ah! Ah, ah... Hurts! Danke... Was ist Musik, was ist Brutalianz? Oh! S! Wow! S! Nice! Alter! Ein Wunder ist geschehen! Ein Wunder! Dreifache S! Nächste Mission Leute, das war's und bis nächstes Mal! Ciao!